Alex, was machst du? Troy ist in dem Bus. Der Typ, der dich umbringen wollte. Ich weiß, aber sonst komme ich nicht ans Schiff dran. Gut, hol ihn raus. Ich lasse ihn überwachen. Okay, Alex. Eine Hundestaffel ist unterwegs. Du kannst dich um den Bus kümmern. Du bist göttlich, Zoe. Schlag schon zu, Junge. Scheinbar hat der Busfahrer einen Plan B. Holt ihn euch. Da ist er. Autsch, klingt lustig. Hau rein. Bring es hinter dich, Alex. Zeig's ihm, Kleiner. Ja! Autsch, klingt lustig. Schlag schon zu, Junge. Nagel ihn fest. Der Angriff ist gescheitert. Ihr fährt immer noch. Air Support, Status Update. Wir sind wieder über dem Ziel. Zeig's ihm, Kleiner. Da ist er. Er holt mich ein. Ich fang ihn ab. Straßensperren bereit. Ten more. An alle. Ein Straßtäter kommt in unserem Zuständigkeitsbereich. Helfen Sie bei der Festnahme und warten Sie auf Instruktionen. Und verabschieden in unserem Zustand. Geisterrät. In Соfern, den Sie auf der Sitzung. Und dann haben Sie das Leben auch schon gekostet. Drei. Drei. Drei.